Kapitel 11 der Vorlesung Information Retrieval Wie lautet die Antwort auf die Frage, sind Zeitreisen möglich? Googles Suchergebnis verweist auf zahlreiche Quellen, in denen man selbst nachlesen kann. Was Google nicht leistet, und auch sonst bislang keine Web-Suchmaschine, ist ein Überblick über den Diskurs, um die durch die Frage aufgeworfene These zu geben. Für Anfragen, die ein Thema berühren, zu dem ein kontroverser Diskurs stattfindet, wäre es wünschenswert, dem Diskurs in Form der ausgetauschten Argumente selbst folgen zu können, statt die einzelnen Dokumente eins nach dem anderen zu lesen. Es steht zu erwarten, dass sich über die verschiedenen Dokumente hinweg die angeführten Argumente schnell wiederholen und dass man mit einem rein relevanzbasierten Ranking kaum einen Überblick über alle Argumente gewinnen kann. Die Vision der Argumentsuche ist daher, die Meinungsbildung bei der Websuche zu unterstützen, das direkte Auffinden relevanter Argumente zu erleichtern, die Entscheidungsfindung zu unterstützen, indem die Meinungen anderer schneller offenbar werden und die eigene Debattierfähigkeit weiterzuentwickeln. Um diese Vision zu verfolgen, sollten die Suchergebnisse einer Argumentsuchmaschine daher die besten Argumente am höchsten ranken, die diverse Aspekte eines Themenkomplexes abdecken und sichtbar machen, verlässliche und vielfältige Quellen abdecken, aktuelle Themen berücksichtigen und nachvollziehbar und evaluierbar sein. Die Architektur einer Argumentsuchmaschine unterscheidet sich nur in wenigen Belangen von einer Websuchmaschine. Die grundlegenden Schritte zur Akquise von Argumenten und zu ihrem Retrieval sind das Crawling von Dokumenten, das Mining von Argumenten in den Dokumenten, die Bereinigung der Fundstücke, die Indizierung der Argumente, das Filtern von relevanten Argumenten gemäß einer Anfrage, das Ranking von Argumenten bezüglich der Anfrage und das Anzeigen des Suchergebnisses. Die Artefakte, die in jedem Schritt verarbeitet werden, sind Quellen für Argumente aus dem Web Mengen von gecrawlten Kandidatendokumenten aus den Quellen Mengen von aus den gecrawlten Dokumenten gemeinten Argumentkandidaten Die nach der Bereinigung verbleibenden modellkonformen Argumente Der Index der modellkonformen Argumente Die Teilmenge von für eine Anfrage relevanten Argumenten Sowie als Suchergebnis die gerankte Liste relevanter Argumente und gegebenenfalls eine Visualisierung Das Crawling beinhaltet eins der eingangs genannten Kernprobleme des Argumentretrievals Der Feststellung, ob ein Dokument argumentativ ist Das Filtering und das Ranking entsprechen den Problemen Pirell und P-Rank, dem Set-Retrieval und dem Ranked-Retrieval von Argumenten Anders als bei der Websuche gibt es beim Argument-Retrieval aufgrund der noch nicht vollständig ausgereiften Technologien, die zur Lösung der verschiedenen Probleme eingesetzt werden, eine Reihe unterschiedlicher Ansätze eine Suchmaschine umzusetzen Azure et al. unterscheiden die verschiedenen Ansätze gemäß ihrem Akquise-Paradigma und der Verteilung von Retrieval-Schritten in Offline-Vorverarbeitung und Online-Verarbeitung zur Anfragezeit Je nachdem, wo der Schnitt zwischen Offline- und Online-Verarbeitung umgesetzt wird, ergeben sich verschiedene Trade-offs zwischen Retrieval Precision, Recall und Aktualität der Ergebnisse Betrachten wir in diesem Zusammenhang die drei zuerst entwickelten Arguments-Suchmaschinen ARX, IBMs Project Debater und Argument-Text Die Arguments-Suchmaschine ARX oder auch ARX.me indiziert nur ausgewählte Quellen von Argumenten, nämlich Debattenportale Von dort werden Argumente systematisch erhoben und aufbereitet Da es sich um eine überschaubare Zahl von Portalen handelt, können die Argumente mit hoher Qualität aus den Webseiten extrahiert und anschließend bereinigt und indiziert werden All das geschieht Offline Die Online-Verarbeitung findet erst zur Anfragezeit statt, wie es auch in klassischen Websuchmaschinen der Fall ist Der Fokus von ARX liegt auf der Erforschung des Argument-Rankings und der Ansatz zur Dokument-Aquise wird als Distant Supervision bezeichnet Im Ergebnis erzielt ARX damit eine hohe Precision, was die Qualität der Argumente anbelangt, dafür aber einen niedrigeren Recall, da nur die Themen abgedeckt sind, die auf Debattenportalen häufig verhandelt werden Für jedes Argument ist seine Haltung zum Thema der Debatte bekannt und die Zahl der Pro- und Con-Argumente ist zumeist ausgeglichen, was sich auch im Suchergebnis widerspiegelt Die Effizienz der Suchmaschine ist aufgrund des überschaubaren Datenumfangs hoch IBMs Project Debater ist ein Werkzeug zum autonomen Debattieren und Argumentieren Der Project Debater ist beispielsweise gegen einen bekannten Debattier-Champion angetreten und hat dort eine beachtliche Leistung im Publikumsvoting erzielt Eine der Schlüsselanforderungen hier ist die nahezu perfekte Qualität der indizierten Argumente, da schon wenige falsche oder schlechte Einträge die darauf aufbauende künstliche Intelligenz aus der Bahn werfen können Quellen für Argumente und Fakten sind vor allem Wikipedia und Nachrichten wie die New York Times, aus denen teils händisch Argumente extrahiert und aufbereitet werden Der Fokus von Project Debater liegt auf Technologie zum Debattieren Als Anfrage der Retrieval-Komponenten des autonomen Systems dienen Argumente des Gegners oder der Gegnerin in einer Debatte Der Ansatz zur Dokumentakquise ist etwas weiter gefasst als bei ARCs, jedoch ebenfalls eingeschränkt auf verlässliche Quellen Im Ergebnis erzielt Project Debater damit ebenso eine hohe Precision, aber auch einen höheren Recall für ausgewählte Themen, für die der Aufwand der Aufbereitung der relevanten Argumente unternommen wurde Für jedes Argument ist eine Haltung zum Thema der Debatte bekannt und eine ausgeglichene Berücksichtigung von Pro- und Kon-Argumenten ist ebenso garantiert Auch hier ist die Effizienz des Ansatzes hoch, da der Umfang der indizierten Daten, wenn auch größer als bei ARCs, noch überschaubar ist Argument-Text geht in die andere Richtung und realisiert eine Argumentsuchmaschine auf Basis einer herkömmlichen Websuchmaschine Für eine Suchanfrage werden per gezielten Anfragen an einen großen Webindex die Kandidatendokumente retrieved und dann zur Anfragezeit online weiterverarbeitet Alle nachfolgenden Schritte der Argument-Retrieve-Pipeline müssen ad hoc und für jede Anfrage neuerlich durchgeführt werden Der Fokus von Argument-Text liegt naturgemäß auf dem schwierigen Problem des Argument-Minings, wohingegen die Überwachung der Quellen bezüglich ihrer Qualität und Dichte an argumentativen Texten gering ist Argument-Text verwendet als Suchmaschine Lucene und ein Standard-Retrieve-Modell sowie ein großes statisches Webcrawl als Grundlage für das Retrieval Die Qualität der Web-Suchmaschine kann nicht mit der Googles mithalten Gleichzeitig sind die Argument-Verarbeitungsschritte nach dem initialen Retrieval von Kandidatendokumenten schwer themenunabhängig umzusetzen Was an der intrinsischen Schwierigkeit dieser Probleme zu lösen liegt Demzufolge ist die Precision der Suchmaschine gering Dafür weist sie aber einen hohen Recall auf, denn der indizierte Webcrawl ist umfangreich Eine Ausgeglichenheit der Verteilung von Pro- und Con-Argumenten im Suchergebnis kann nicht garantiert werden Da nicht vorhersagbar ist, wie viele Kandidatendokumente mit Pro- und Con-Argumenten retrieved werden können Die Effizienz dieses Ansatzes hängt stark von der Umsetzung ab In seiner prototypischen Form ist sie jedoch verhältnismäßig gering Mit reifender Argument-Mining-Technologie und dem nötigen Engineering-Aufwand kann dieser Ansatz jedoch beschleunigt werden Für den Schritt des Rankings von Argumenten wird in allen Suchmaschinen ein spezialisierter Algorithmus benötigt Dieser Schritt wird daher im Information Retrieval im Allgemeinen gesondert betrachtet Es gibt hier eine Reihe von Designentscheidungen zu treffen Darunter, welche Aussagen eines Arguments mit in die Ranking-Entscheidung einfließen sollen Konklusion, Prämissen oder beide Ob der gesamte Text eines Arguments berücksichtigt werden sollte oder nur eine Auswahl an Termen Ob Metadaten über das Argument mit einfließen sollten, wie Faktenwissen aus Wissensbasen, Hintergrundartikel zum Thema des Arguments oder Ähnliches Oder die Stimmungspolarität im Argument, also ob sich positiv, negativ oder neutral geäußert wird Ob die Beziehung unter Argumenten, wie sie in ARC-Rank erfasst wird, gegenüber einer unabhängigen Betrachtung jedes Arguments eine Rolle spielt und viele mehr Für das Ranking von Dokumenten werden im Information Retrieval sogenannte Retrieval-Modelle eingesetzt Retrieval-Modelle sind formale Modelle, die die Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage quantifizieren und hierfür auf verschiedene empirische, probabilistische oder linguistische Theorien zurückgreifen Es wurden zahlreiche solcher Modelle vorgeschlagen und entwickelt Wohingegen für das Argument Retrieval bislang noch nicht klar ist, ob eines dieser Modelle ausreicht oder ob auf Argumente zugeschnittene Modelle benötigt werden In jüngster Forschung hat sich gezeigt, dass unter den existierenden die Modellfamilie Divergence from Randomness sowie die Familie der Sprachmodelle die beste Retrieval-Effektivität erzielen Zum Schluss noch ein paar Details zur Suchmaschine ARCs ARCs wird von der Webis-Gruppe entwickelt Wie schon gesagt, bezieht ARCs die zu indizierenden Argumente gegenwärtig aus Webquellen, auf denen Argumente ausgetauscht werden Dies sind vor allem Debattierplattformen wie idebate.org, debatepedia.org und andere Die Debattierplattformen werden gecrawlt und die gecrawlten Webseiten mit auf die jeweilige Plattform zugeschnittenen Werkzeugen verarbeitet, um Argumente in größtmöglicher Sauberkeit zu erhalten Die Debattierplattformen lassen es zu, das Argumentmodell in einer vereinfachten Form anzuwenden Jeder Debattenbeitrag ist ein Argument Als Konklusionen werden, wenn vorhanden, die explizit auf der Debattenplattform genannten verwendet Wie zum Beispiel die Points for und Points against auf idebate.org Oder, wenn keine expliziten Konklusionen vorhanden sind, wird hierfür einfach das Thema bzw. der Titel der Debatte eingesetzt Als Prämisse wird der Text jedes Debattenbeitrags genommen, sodass jedes Argument quasi eine Prämisse hat Dies ist eine Verkürzung, denn manche Debattenbeiträge sind recht lang Allerdings ist es mit den gegenwärtigen Argument-Mining-Technologien nicht möglich, die tatsächlichen Prämissen fein aufzulösen Auf diese Weise wurden knapp 300.000 Argumente zusammengetragen, die rund 35.000 Debatten entnommen wurden Anfragen werden als Stichwörter oder als Frage entgegengenommen und mithilfe von Lucine gegen die indizierten Argumente verglichen Gegenwärtig vor allem mit der Konklusion Dies beruht auf der Annahme, dass Suchende häufig eher nach Themen suchen als nach spezifischen Argumentationen Eingesetzt wird gegenwärtig das Modell BM25F Eine Query-Log-Analyse der eingereichten Anfragen zeigt die verschiedenen Themen, nach denen im Zeitraum zwischen September 2017 und April 2019 gesucht wurde Es sind ausnahmslos Themen, die in diesem Zeitraum gesellschaftlich und politisch von Bedeutung waren und teils auch noch sind Um einen besseren Überblick zu erhalten, inwieweit der Index von ARX und damit die Debattierplattform selbst wichtige Themen abdecken haben wir die Liste kontroverser Themen der Wikipedia herangezogen Zum Zeitpunkt der Analyse waren dort 1082 kontroverse Themen gelistet Wir haben festgestellt, dass für 78% der dort gelisteten Themen mindestens ein Argument im Index als relevant erkannt und retrieved wurde und dass für 42% der Themen zumindest eine Konklusion relevant ist also ein Thema auf einer Debattenplattform Die Hauptansicht von ARX zeigt Argumente in einer Gegenüberstellung von gerankten Pro- und Con-Argumenten Die gemäß unserem Ranking-Algorithmus wichtigsten Argumente können so schnell erfasst werden Darüber hinaus gibt es eine Ansicht, in der die Menge relevanter Dokumente mit einem Topic-Modeling-Verfahren verarbeitet wird und die verschiedenen Themenaspekte in der Menge der Argumente visualisiert werden Jedes Argument kann mehr oder weniger zu einer Reihe der erkannten Themenaspekte relevant sein sodass es als Punkt im Raum zwischen den Themen so positioniert wird dass die jeweilige Wichtigkeit der Aspekte im Argument berücksichtigt wird Eine Interaktion mit der Visualisierung erlaubt, die im Ranking gezeigten Argumente einzuschränken Wenn zum Beispiel eines der automatisch erkannten Themenaspekte die Masse der Argumente auf sich vereint ist es möglich, dieses Thema in der Visualisierung auszublenden um so zu erfahren, welche der übrigen Aspekte dann noch eine Rolle spielen Im Falle des Themas Abtreibung erkennt das Topic-Modeling-Verfahren die Themen Women and Women Diese Themen sind offensichtlich und nahezu alle Argumente sind mehr oder weniger stark mit diesem Thema assoziiert Durch Auswahl des Themas Cancer wird hervorgehoben, welche aller relevanten Argumente sich hierauf beziehen Argumente müssen für sich selbst stehen und sollten unabhängig von ihrer Quelle betrachtet werden Ein Argument, das in der FAZ steht, ist nicht mehr oder weniger stichhaltig als eines, das in einer Einwurf-Werbezeitung steht sofern es sich in den Diskurs einfügt und zur Deliberation herangezogen werden kann Der Rezipient muss entscheiden, ob ein Argument überzeugend ist oder nicht Nichtsdestotrotz werden Argumente von Menschen und Organisationen generiert und verbreitet Für viele spielt es sehr wohl eine Rolle, wer ein Argument wann verwendet Für ARCs erheben wir daher auch Daten und entwickeln Technologien, um die Aussagen von Personen öffentlichen Interesses zu kontroversen Themen durchsuchbar zu machen Ein Prototyp dieser Suchfacette ist auf ARCs bereits zu sehen Ein Klick auf People erlaubt die Suche nach Aussagen zu einem Thema sowie die Einschränkung der Aussagen gemäß demografischen Profilen der indizierten Aussagen und ihrer Urheber Suchende sollen sich in die Lage versetzen können, einen Diskurs aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können Zum Beispiel aus Sicht der Jugend, aus Sicht der Frauen, aus Sicht verschiedener Nationalitäten und so weiter Die Argumentssuche steht erst am Anfang Es gibt noch zahlreiche offene Forschungsfragen, sowohl technologischer Natur als auch gesellschaftlicher und kultureller Wir hoffen, dass die Argumentssuche in naher Zukunft einen Platz im Kanon der Suchmaschinen finden und auch Einzug in die großen Suchmaschinen nehmen wird Statt auf Fragen kurze Antworten zu liefern müssen Suchende auf die mannigfaltigen gesellschaftlichen Diskurse um kontroverse Themen hingewiesen werden und die Tatsache, dass es für manche Dinge keine kurzen, einfachen Antworten gibt und dass jede Antwort nur im Kontext anderer Antworten verstanden werden kann Das Für und Wider jeder vorgeschlagenen Lösung eines Problems, einer Konklusion hängt immer von den Gründen ab, den Prämissen, die zu einem Lösungsvorschlag geführt haben Die Argumentssuche kann dazu beitragen, die Deliberation der Gesellschaft zu verbessern und den aktuellen Trend zur Verkürzung entgegenzutreten Sie sind herzlich eingeladen, hierzu beizutragen Die Argumentssuche kann dazu beitragen, dass es für die Verkürzung weitergegeben hat die GmbH im Klangisch zu verteidigen, die zum Beispiel für die Verkürzung Die GmbH im Klang ist ungefähr eine Schwerung entgegenzutreten Schwerung im Klang ist eine Schwerung zu definieren Die Angelegenheit und die Verkürzung entgegenzutreten Untertitelung des ZDF, 2020